Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischauer. Geheimnisvolle Geschichte und wir befinden uns hier jetzt in der dritten Folge dieser längeren Sendereihe über den Mithras-Kult und dieses Mysterium, dem wir hier auf der Spur sind, dem gehen wir in dieser Folge noch weiter nach. Wir werden noch tiefer in die Materie einsteigen und ich hatte ja schon das Gefühl, dass die zweite Episode dann noch etwas interessanter und tiefgehender war als die erste, obwohl mir die auch schon gefallen hat. Aber jetzt in der dritten Folge verspreche ich euch, wir steigen noch tiefer ein. Ich zeige euch noch mehr Bezüge und Verbindungslinien und werde euch aufzeigen, was für reichhaltiges Material in diesem Kult enthalten ist und wie relevant ist für uns. Und auch das Verständnis unserer Zeit und der Religion und Phänomene, mit denen wir es heute zu tun haben, doch ist. Und ich möchte jetzt am Anfang nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, was wir bisher so gemacht haben. Wir haben in der ersten Episode uns diesen Kult so ein bisschen allgemeiner mal angeschaut, festgestellt, was ist das überhaupt? Wir haben die Mithraen kennengelernt, diese kleinen unterirdischen Tempelanlagen, in denen Mithras verehrt wurde. Wir haben diese historisch-politische Ebene untersucht und geschaut, wo haben wir eigentlich die Spuren, wo dieser Kult herkommt. Wir haben sowohl die Bezüge zu Persien und Altindien aufgezeigt, als auch vor allem zu dieser Region Kilikien und dieser Organisation der kilikischen Seeräuber und deren Verbindungen zum Königreich Pontos. Und dann am Ende dieser ersten Sendung haben wir uns mit der Tauroctonie näher befasst, mit der Stiertötungsszene, die so charakteristisch ist für den Mithras-Kult und haben dann gemeinsam festgestellt, dass es sich dabei um eine Art Sternenkarte handelt, um einen astral-mythischen Stoff. Und in der zweiten Episode, da haben wir den roten Faden genau dort wieder aufgegriffen. Wir haben dann mal geschaut, wenn es sich um eine Astral-Szene handelt, um welche Figur handelt es sich dann bei Mithras selbst. Wir haben festgestellt, dass Mithras seine Entsprechung im Sternenbild Perseus findet. Wir haben diesen Perseus-Mythos uns näher angeschaut und haben ausgehend vom Perseus-Mythos ganz viele Verbindungslinien gefunden, dann zu seiner Weiterentwicklung in der Form als Mithras, als auch in die Vergangenheit reichend, bis ins alte Ägypten und nach Indien hinein. Wir haben von Horus über Garuda im Hinduismus und den Schlangenwesen und Drachenartigen Wesenheiten, alles Mögliche so ergründet. Wir sind auf das große Thema Pilzkulte und psychedelische Substanzen im Kontext der Mysterienkulte gestoßen. Und ich glaube, die Reise war bisher schon richtig, richtig spannend. Und wir wollen jetzt genauso weitermachen. Und ich hatte in der zweiten Sendung, da habe ich schon mal was erwähnt, und zwar den sogenannten löwenköpfigen Gott. Und diesen löwenköpfigen Gott, den möchte ich euch jetzt nochmal näher vorstellen. Ihr seht jetzt auf der rechten Seite, da seht ihr wieder diese Abbildung, das ist diese Vase, die die Gorgo Medusa zeigt. Da hatte ich ja in der zweiten Sendung länger drüber gesprochen. Und ich hatte dort schon gesagt, dass die Gorgo Medusa so gewisse Parallelen aufweist zu einem Löwenkopf, dass sie was Löwenhaftes hat, daran erinnert. Und dann sehen wir jetzt auf der linken Seite den löwenköpfigen Gott aus dem Mithras-Kult in so einem Relief. Und so taucht dieser löwenköpfige Gott in verschiedenen Mitränen und im Kontext mit dem Mithras-Kult immer wieder auf. Das Problem ist, dass die Schulwissenschaft weiß, ihn nicht zu deuten. Es gibt dann manchmal so Vermutungen, dass er eine Art Gott der Zeit darstellt, mit Kronos in Verbindung steht. Und das mag auch alles sein. Ich denke, dadurch, dass wir wissen, dass diese Gorgo Medusa und ihr Haupt so eng mit dem Perseus-Mythos verknüpft sind und Mithras wiederum eine Art Entsprechung des Perseus ist, dann könnte auch dieser löwenköpfige Gott mit diesem Gorgonenhaupt in Verbindung stehen. Wobei, wir müssen jetzt auch beachten, es gibt dann vereinzelte Schriftquellen, die auch Mithras als diesen löwenköpfigen Gott oder als einen geflügelten Löwen bezeichnen. Und das ist ja auch so problematisch an all diesen Mythen, dass diese Gottheiten dann häufig in verschiedenen Aspekten gezeigt werden und verschiedene Bilder auch den Gott sei, darstellen können. Dass Mithras nicht nur Mithras ist, es kann auch sein, dass Mithras auch in dem Stier, den er tötet, symbolisiert ist. Oder hier auch in diesem geflügelten Gott, in diesem geflügelten Löwengott. Dieser geflügelte Löwengott, der ist aber in vielerlei Hinsicht noch ganz interessant. Zum einen, wenn er wirklich die Entsprechung des Gorgonenhauptes ist, dann könnte er auch eine Entsprechung eben halt, wie ich das schon gesagt hatte, für den Fliegenpilz sein oder für andere Pilze, die im Kontext des Mysterienkultes verzehrt wurden. Und vielleicht symbolisiert er auch ein kosmologisches Bewusstsein, was dann im veränderten Bewusstseinszustand so erreicht wird. Ein Wissen um die Zusammenhänge des Kosmos und der Zeit. Hier sehen wir uns jetzt nochmal ein bisschen vergrößert an. Und was man sehen kann, er steht auf so einer Art Globus. Und da seht ihr so zwei Ringe, wenn man so will, die um diesen Globus gelegt sind, die sich kreuzen. Und das ist so eine X-Form. Und man hatte in der Antike ein geozentrisches Weltbild. Und bei dem, bei diesem geozentrischen Weltbild, da hat man sich das Universum so vorgestellt, dass es wie so ein Gerüst ist, wie so eine Grundstruktur. Und zentral waren eigentlich zwei Kreise, die sich kreuzen. Und das ist die Ekliptik, also die Sonnenbahn durch die zwölf Tierkreiszeichen und der sogenannte Himmelsäquator, also die Projektion des Erdequators auf den Himmel. Und das sind diese beiden Ringe auf diesem Globus, die wir hier sehen, die sich kreuzen. Und das kommt dadurch zustande, dass die Erdachse um 23 Grad geneigt ist. Und dadurch stimmen Ekliptik und Himmelsäquator nicht überein. Und Platon beispielsweise, der schreibt in seiner Schrift Temaios, dass der Demiurg, und ich meine, über Demiurgen sprechen wir auch öfter, wenn wir auch über die Gnosis sprechen, da schreibt erst der Demiurg, als Schöpfer der Welt das Universum aus zwei Ringen formte, die er in Form des Buchstaben X, also griechisch Chi, zusammenfügte. Und dieses Chi, oder ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, Chi, Chi, dieses X, dieser griechische Buchstabe, ist ja auch eins der Symbole für Christus dann später. Das ist ja auch so interessant. Und auch in der Mathematik haben wir diese Tradition, denn das X in der Mathematik als die Unbekannte, ist ja auch immer so interessant, in Gleichungen setzen wir das X ein und das wird dann irgendwie aufgelöst. Das X ist diese Unbekannte, es ist Christus, es ist praktisch dieses Überkreuzen von Ekliptik und Himmelsäquator. Also ein tiefes Symbol und dieser löwenköpfige Gott, der steht halt genau da drauf. Es ist auch sehr interessant, dann später ein Symbol, was mit dem Apostel Andreas zusammenhängt. Denn Andreas wird auch gekreuzigt, aber Andreas wird nicht an so einem, ich sag mal jetzt, in Anführungsstrichen normalen Kreuz gekreuzigt, so wie wir es von Christus kennen, sondern an dem sogenannten Andreas-Kreuz, also einem Kreuz mit dieser Form. Und wenn dieses Kreuz dann auch durch den Buchstaben Chi dem Christus entspricht, dann wäre es fast so, als ob der Andreas auf dem Christus gekreuzigt wird. Also eine sehr tiefgehende Bedeutung. Und auch in der Freimaurerei spielt dann dieses Symbol später eine große Rolle. Ihr kennt ja sicher die beiden Säulen, Jakin und Boas, die vor dem Salomonischen Tempel stehen und dann in späteren Freimaurer-Hochgraden, da geht ja die Geschichte rund um den Tempel in die Richtung, dass dieser Tempel, der wird zerstört. Und bei der Zerstörung des Tempels, da stürzen auch diese Säulen ein. Und wenn sie zusammenstürzen, dann kreuzen sie sich so zu dieser Form und bilden dieses Andreas-Kreuz. Und deshalb ist auch das ein freimaurerisches Hochgrat-Symbol. Ich finde es einfach so interessant. Es ist ja nur ein Detail hier, wenn wir uns den löwenköpfigen Gott anschauen, aber es ist ein so zentrales Detail. Es handelt sich hierbei um eine Art kosmische Gottheit, die mit Mithras in Verbindung steht und die auch manchmal als Mithras identifiziert wird. Der geflügelte Löwe, wenn wir jetzt auch nochmal auf die politische Ebene gehen möchten, ist natürlich auch als Markus-Löwe Symbol der Republik Venedig. Und da gibt es dann, das wird noch später thematisiert, noch so andere kleine Bezüge, die irgendwie in die Richtung hindeuten, dass auch der Mithras-Kult in gewisser Weise zumindest in die Bild- und Symbolsprache Venedigs mit hineingespielt hat. Und hier sehen wir nochmal zwei Darstellungen des löwenköpfigen Gottes aus Mithraen. Und an diesen Darstellungen ist so beachtlich, was der löwenköpfige Gott in den Händen hält. Er hält nämlich zwei Schlüssel. In seiner Ikonografie wird er häufig mit zwei Schlüsseln dargestellt. Und das ist aus dem Grund so unglaublich interessant, weil es auch im Christentum eine Figur gibt, die mit zwei Schlüsseln in Verbindung gebracht wird. Und das ist Petrus. Petrus erhält von Christus zwei Schlüssel überreicht. Und Petrus ist dann ja auch der Fels, auf dem die Kirche gebaut wird. Und das sind die himmlischen Schlüssel, die Schlüssel zum Himmelsreich. Und wir sehen hier schon, ein Schlüssel ist golden, der andere ist silber. Das bedeutet auch, dass diese beiden Schlüssel auf das solare und das lunare Prinzip, also auf Sonne und Mond hindeuten, auf männlich und weiblich, auf die Polarität, auf das musivische Pflaster. Also ihr ahnt schon, da steckt unheimlich viel und tiefes Material drin. Und ich finde es doch so interessant, wie man dann gewisse Symbole aus dem Mithras-Kult in so vielen anderen Religionen finden kann. Und dass ja auch das Christentum hier ganz offensichtlich sehr starke Parallelen zu dieser Symbolik hat. Und das hier ist nochmal interessant, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Es ist so, dass die Päpste auch Wappen haben. Ich bin gerade gar nicht sicher, ob jeder einzelne Papst ein eigenes Wappen hat oder ob das dann die, manchmal waren ja auch Päpste aus verschiedenen Adelsfamilien, dann verschiedene aus derselben Familie mal Papst, ob die dann immer dasselbe Wappen haben. Was wir hier sehen, ist aber das Papstwappen der Familie Borgia. Und die Borgias sind ja so eine ganz besondere Papstdynastie, die wirklich in der Renaissance-Zeit in Machtpolitik zutiefst involviert war. Das waren ja auch Päpste, die Kinder gezeugt haben. Die Borgias wären nochmal so ein Thema, vielleicht ja auch für die Sendereihe politische Anomalien. Da müsste ich mal mit Frank Stonard drüber sprechen, ob wir das behandeln wollen. Aber ich finde es so interessant, alle Papstwappen haben gemeinsam, dass diese beiden Schlüssel, die dem Petrus überreicht wurden, dieser goldene und silberne Schlüssel, Teil des Wappens sind. Und wir sehen auch diese Papstkrone oben. Interessanterweise ist das ja auch eine Weiterentwicklung der Bischofskopfbedeckung. Und die heißen noch bis heute Mitra. Ja, es ist sehr interessant, dass die Bischöfe eine Kopfbedeckung tragen, die mit ihrem Namen an den Mitras-Kult erinnert. Und interessant bei den Parcher-Wappen, das finde ich so stark, ist, das setzt sich natürlich zusammen, diese Wappen durch heiraten, kommen dann so Wappenelemente zusammen. Aber man hat unten einen Drachen und dann oben so einen Adler, soll es, glaube ich, darstellen. Aber diesen Gegensatz hatten wir ja schon in der zweiten Sendung so extrem. Der geflügelte Gott oder das geflügelte Wesen, ich sage mal von Garuda, Horus, Perseus, der auf Pegasus reitet und dann darunter das Schlangen- oder Drachenwesen. Und dass jetzt ausgerechnet bei der Borgia-Dynastie diese Symbolik wieder auftaucht, das fand ich dann doch erwähnenswert und wollte es in diesem Zusammenhang euch einmal präsentieren. Ja, liebe Freunde, jetzt lasst uns aber mal von den Borgia-Päpsten zurückkommen zu so einer ganz zentralen Symbolik im Mitras-Kult. Wir hatten ja schon in der ersten Episode uns die Tauroctonie-Szene angeguckt, diese zentrale, astralmythische Szene im Mitras-Kult, die Stiertötung. Und da hatten wir festgestellt, dass links und rechts neben dem Stiertötenden Mitras befinden sich diese kleinen Figuren, diese Fackelträger. Und die haben ja die Namen Kautes und Kautopartes. Und die eine Fackel, die weist ja immer nach unten und die andere Fackel, die weist nach oben. Also eine interessante Symbolik. Und wir müssen näher auf diese Fackelträger eingehen, denn auch dort befindet sich ganz reichhaltiges, hochinteressantes Material zum Verständnis dieses Phänomens Mitras-Kult. Und das tun wir jetzt einmal. Und hier auf dieser Abbildung, da sehen wir mal solche Statuen von Kautes und Kautopartes. Interessanterweise, Kautopartes ist der, der die Fackel hochhält. Und er hat ja diesen längeren Namen. Es ist eigentlich so, als hätte man dem Namen Kautes noch etwas hinzugefügt. Und diese Endung Partes, die spielt eigentlich darauf an, dass er sowas wie der Herr ist. Also so wie Fackelträger und Herr des Fackelträgers oder der, könnte man sagen, bessere Fackelträger oder höher gestellt. Und das ist schon dadurch angedeutet, weil ja seine Fackel nach oben weist. Also er ist eine aufsteigende Kraft, während Kautes eine absteigende Kraft ist. Ganz interessant bei den Fackelträgern ist ja auch dieser Umstand, sie werden immer mit diesen gekreuzten Beinen dargestellt. Die findet man nie ohne diese gekreuzten Beine. Und dieses Kreuz, was sie dann mit ihren Beinen formen, das ist ja ganz ähnlich wie dieses Andreaskreuz, was wir uns eben schon in Bezug auf den löwenköpfigen geflügelten Gott angeschaut hatten. Und das ist im Prinzip dasselbe Kreuz. Es geht dabei um diese beiden Linien, den Himmelsäquator und die Ekliptik, die sich kreuzen. Und an diesen Punkten, wo sie sich kreuzen, die die Äquinoctien bilden. Also den Frühlingspunkt, den Frühlingsanfang und den Herbstpunkt. Und insofern ergibt dann auch die Fackelsymbolik Sinn. Ja, beim Frühlingspunkt, da haben wir das aufsteigende Licht, beim Herbstpunkt, das hinabsteigende Licht. Deshalb da, wo die, wo Kautopathis steht, mit der nach oben gerichteten Fackel, da findet man auf manchen Darstellungen der Tauchoktonie dann auch einen Baum oder so ein Symbol des Lebens oder des Frühlings hinter ihm. So ein Vegetationssymbol oder Fruchtbarkeitssymbol. Was das Ganze jetzt aber noch interessanter macht, ist der Umstand, als der Mithras-Kult entstand. Das war ja diese Zeit, also was heißt, als er entstand, als er für uns greifbar wird. Ja, oder wo die Schulwissenschaft sagt, dass er entstand, so im zweiten Jahrhundert nach Christi. Und das ist auch die Zeit, wo dann das Frühchristentum immer greifbarer wird. Natürlich, das Frühchristentum, sagt man, begann dann mit Christus. Aber so ab dem zweiten Jahrhundert, da haben wir dann das Neue Testament. Wir haben die Katakomben, wir haben erste christliche Kunst. Also es ist dieselbe Epoche. Und ich hatte ja schon in dieser Sendung über die christlichen Katakomben herausgearbeitet, als es dann dort um die astral-mythischen, astrotheologischen Aspekte ging, dass Christus auch assoziiert wird mit diesem Lamm Gottes und mit dem Fisch. Und dass damit gemeint ist, dieser Übergang vom Widder-Zeitalter ins Fische-Zeitalter, das hereinbrechende Fische-Zeitalter, auch mit Aufkommen des Christentums. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, der Mithras-Kult wäre zur selben Zeit entstanden, dann müsste man ja auch davon ausgehen, dass der Frühlingspunkt beim Mithras-Kult auch im Widder liegt. So wie es dann beim Christentum der Fall zu sein scheint. Dann würde der Herbstpunkt übrigens im Zeichen Libra, also Waage liegen. Und dann ergibt sich aber ein Problem. Dann würde diese Entsprechung nicht mehr funktionieren, dass die Tauroktonie-Szene Astralbilder zeigt. Weil bei einem Frühlingspunkt im Widder und einem Herbstpunkt in der Waage wären dort ganz andere Sternbilder zu sehen. Da wäre nicht der Stier zu sehen, zum Beispiel. Würden wir jetzt aber davon ausgehen, sozusagen, dass bei Mithras-Kult der Frühlingspunkt im Stier liegt. Und der Mithras-Kult also eher den Übergang vom Stier ins Widder-Zeitalter anzeigt. Also mehrere tausend Jahre, wenn wir jetzt von diesen Weltzeitaltern ausgehen, aus denen sich dieses platonische Weltenjahr zusammensetzt, früher als beim Christentum, dann passen die ganzen Sternbilder, die man auf der Tauroktonie sieht, dann passen die wieder und stimmen wieder überein. Und das stellt uns aber vor dieses Problem. Weil warum zeigt der Mithras-Kult einen anderen Zeitalterwechsel an als das Frühchristentum? Obwohl beide Religionen als Mysterien-Kulte, die einander auch in gewisser Hinsicht ähneln, zur selben Zeit entstehen. Und auf diese Frage gibt es noch keine eindeutige Antwort. Eine Möglichkeit wäre die, dass der Mithras-Kult einfach unheimlich älter ist und halt nur spät in dieser Ausformung uns praktisch ins Bewusstsein getreten ist. Das ist eine Möglichkeit. Und dass er einfach auf dieses ältere Stierzeitalter hinweist. Eine weitere Möglichkeit ist, es ist einfach diese Region Kylikien, wo wir immer davon ausgehen, dass er dort in dieser Manifestation entstand. Wie wir auch schon in der ersten Sendung festgestellt haben, eine ganz enge Verbindung zu Stierkulten und Gottheiten, die mit Stieren in Verbindung stehen, entstand. Und dass das da alles reingewirkt hat und dort einfach vielleicht ein Zentrum des Stierkultes war, ganz gleichgültig, ob dieses Stierzeitalter nun schon viel länger zurück lag. Eine andere Möglichkeit wäre auch die, dass dem Mithras-Kult aus astronomisch-astrologischer Sicht vielleicht ein anderes Berechnungssystem der Präzession zugrunde liegt als dem Christentum. Ja, weil es gab in der Antike verschiedene Astronomen und Gelehrte, die die Präzession, die Taumelbewegung der Erdachse berechnet haben. Und je nach Methode, da dauerte dann gegebenenfalls das Widderzeitalter noch ein paar hundert Jahre länger als bei einer anderen Methode. Ja, also ich glaube, bei manchen Berechnungen, da ist ungefähr dieser Wechsel so um Christi Geburt von Widder zum Fischezeitalter. Dann gibt es andere, da lag der ein paar hundert Jahre weiter, vielleicht, ich glaube sogar bis zu 800 Jahre versetzt. Und gegebenenfalls begegnen uns auch im Frühchristentum und im Mithras-Kult so gesehen auch unterschiedliche Schulen von Astronomen, Astrologen. Aber all das können wir nicht eindeutig beurteilen. Vielleicht war sowohl den frühchristlichen Astrologen als auch den Mithras-Astrologen sowohl beides bewusst und es gab ganz andere Gründe, warum in dem einen Kult auf diesen Zeitalterwechsel mehr eingegangen wird als in dem anderen. Aber das finde ich an dieser Stelle ist so wichtig, dass es einmal so genannt wird. Und hier seht ihr auf diesem Bild auch so eine Darstellung, mal so eine Grafik, auch von der Ekliptik und dem Himmelsäquator und dann den Schneidepunkten, dass ihr das ein bisschen besser verstehen könnt, warum wir einen Frühlings- und einen Herbstpunkt überhaupt haben. Hier, doppelt in diesem Relief, eine Tauroctonie. Und hier ist so interessant, weil wir, das kann man kaum erkennen, aber links und rechts von Mithras, da befinden sich zwei Säulen. Und die Säulen sind dann mit so einem Bogen überspannt. Der Bogen überspannt praktisch die Tauroctonie. Mithras Kopf, der befindet sich dann so ungefähr in der Mitte des Bogens. Und auf diesen Säulen stehen Kautes und Kautopathes. Und diese Verbindung der Fackelträger in der Symbolik dann mit Säulen. Und diese Säulen tragen einen Bogen, eine Art Himmelsgewölbe. Das ist so interessant, weil das dann auch später in der Architektur wieder sich widerspiegelt. Ich meine, hier sehen wir ein Kirchportal. Ich meine, das ist eine Kirche, ich glaube sogar der Hanse in Norwegen, wenn ich mich nicht irre. Aber es ist auch nicht so wichtig. Es ist ja typisch, viele Kirchen, viele gotische Kirchen haben bei ihren Portalen immer diese Säulen. Und diese Säulen, hier sieht man dann ja auch mehrere so hintereinander, die symbolisieren ja nicht nur, sage ich mal, verschiedene geistige Sphären oder geistige Schleier, die man sozusagen durchschreitet, bevor man dann das Heiligtum der Kirche betritt. Und sie symbolisieren auch diese kosmische Ordnung. Und man sieht hier bei den vorderen Säulen, der linken und der rechten, dass die so eine Art, ja, wie soll man das sagen, wie so ein geschwungenes Ornament haben, wie so eine Schlange oder so eine Schnur, die sich um die Säule wickelt. Und vielleicht erinnert ihr euch bei dem geflügelten Löwengott, da war es auch so, dass denen so Schlangen umwickelt haben. Und hier auch bei den Säulen. Und diese Bewegung symbolisiert natürlich auch die Fackeln, im einen Fall praktisch geht, schlängelt sich das Ganze so nach oben, bei der anderen Säule schlängelt sich das wieder so nach unten. Es ist das aufsteigende und absteigende Licht. Und darüber eben dieser Bogen, der dann das Kirchenportal umspannt. Und das ist für mich so interessant, weil da sieht man wieder auch diese Parallelen zwischen mitrischer und christlicher Symbolik und wie lange diese Symbolwelt nachgewirkt haben. Und vor allem auch in der Welt der Kathedralen, der Kirchen und dieser Welt, dieser mittelalterlichen Baumeister. Und diese Baumeister und deren Kultur, wenn man so will, deren Handwerkskultur, die war ja wirklich extrem hochentwickelt. Zum einen gab es diesen ganz einfachen technischen handwerklichen Aspekt, dass sie ja wirklich mit ihren Fertigkeiten, mit im Vergleich zu heute einfachen Mitteln, in der Lage waren, aus dieser ingenieurstechnischen Sicht hochkomplexe Dinge zu bauen. Auf der anderen Seite hatten sie dieses religiös-christlich-esoterische Wissen. Und sie hatten aber auch dieses mathematisch-naturwissenschaftliche Wissen. Und über die Kathedralen kann man so lange reden. Über Chartre beispielsweise gibt es ganze Bücher, wo dann erforscht wird, wie die ganzen Zahlenverhältnisse, die Proportionen, wie die Kirche gebaut ist. Das lässt sich mathematisch in Melodien, in Harmonien, in Töne umsetzen. Wir sind da praktisch übertragen und dann sind wir wieder bei kosmischen Schwingungen, bei kosmischen Tänzen, bei vielen symbolischen Sachen, die in Bezug auf die Religion ja auch hier in meinen Sendungen schon immer wieder eine Rolle spielen und auftauchen. Und vor allem bei den Kathedralen sind wir dann auch bei der Verbindung, gerade bei Chartre auch zu den Tempelrittern und auch dann natürlich später zur Freimaurerei und der abendländischen Esoterik. Also wir sind, wenn wir über die Fackelträger Kautes und Kautopathes sprechen, praktisch an der Wurzel, wenn man so will, oder einer der Wurzeln, wirklich eines Symbolgebäudes, was sich durch die ganze abendländische Geschichte bis in unsere Zeit hineinzieht. Es gibt ja auch, es ist eine esoterische Verschwörungstheorie, wenn man so will, aber ich will sie jetzt zusammen kurz erwähnen, in Bezug auf das World Trade Center, die Theorie, dass die beiden Zwillingstürme des World Trade Centers könnten auch die beiden Säulen Yakin und Boas symbolisiert haben, die dann praktisch, wenn der Tempel zerstört wird, die Frage ist, welcher Tempel das dann in dem Fall war, vielleicht der Tempel des Marmon, des Geldes, ineinander einstürzen, so wie die Tempelsäulen Yakin und Boas. Und ich will jetzt gar nicht sagen, ich vertrete das, weil das sind abgefahrene Theorien, ich will sie hier aber erwähnen. Und wenn das der Fall sein sollte, wenn solche Symboliken eine Rolle gespielt haben oder spielen könnten, dann verweisen auch die auf Kautis und Kautopartis. Und so weit reichen die Wurzeln unserer Kultur zurück. Und das muss einfach mal erwähnt werden. Ja, hier nochmal so eine Nahansicht, wo man dann auch eben an dieser ersten Säule ganz klar diese Struktur erkennen kann, dieses um die Säule geschlungene Band, was dann nach oben hin weist oder nach unten, je nach Interpretationssache. Manchmal sind das auch bei solchen Säulen Pflanzen, also Vegetation, die die Säule hinauf und hinunter wächst. Und all das deutet immer, immer auf die Equinoctien, auf das auf- und absteigende Licht hin. Ja, dann hier nochmal auf der anderen Seite, da wäre es dann jetzt das absteigende Licht. Ja, und ich hatte es ja schon erwähnt, diese Fackelträger, die dann bei den Kathedralen zu Säulen werden. Das entspricht dann auch den freimaurischen Säulen Jakin und Boas. Hier sieht man sie auch eben durch diese brennenden Urnen oben auf den Säulen, als, wenn man so will, als Fackeln zu erkennen. Und das hier ist so interessant, das nächste Bild. Das ist jetzt natürlich wieder aus dem Yorkritus, über den ich öfter mal so am Rande spreche. Und da gibt es so einen zentralen Hochgrat, den Royal Arch, den Grat vom königlichen Bogen. Und ihr erinnert euch, ich hatte euch vor ein paar Minuten so ein Bild gezeigt von einer Tauroctonie, wo Mithras den Stier tötet und links und rechts sieht man Kautes und Kautopathes und sie stehen auf Säulen und von diesen Säulen aus geht ein Bogen. Und ungefähr in der Mitte des Bogens, da befindet sich der Kopf von Mithras, der Gottheit. Und hier ist es halt eben der königliche Bogen, der Royal Arch und im Zentrum befindet sich dann der Schlussstein des Tempels, der mit Hiram, Abiv, dem Baumeister des Salomonischen Tempels in Verbindung steht. Und das wollte ich euch einfach zeigen, um deutlich zu machen, dass auch die freimaurerische Esoterik, dass sie Wurzeln hat, die noch viel weiter zurückreichen als nur, sage ich mal, bis zu den Rosenkreuzerei, zur Kabbalah, zur Alchemie, zu den Tempelrittern, sondern dass wir hier wirklich auch bis in die Antike diese Spuren haben und eben nicht nur in diesem biblischen Bereich, natürlich ist die ganze Symbolik des Salomonischen Tempels und der Säulen Jaqin und Boas, der Bibel entlehnt. Aber da gibt es halt auch im Mittelmeerraum diese ganzen Überschneidungen und das sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Ja, hier nochmal so eine weitere Darstellung jetzt praktisch könnte es eine Art, ich weiß nicht, ob es direkt eine Arbeitstafel ist, aber zumindest so eine Darstellung, die viele freimaurerische zentrale Symbole zeigt und auch hier Säulen und auch hier ein Bogen, der um die Säulen gespannt ist. Ich glaube sogar, es sollte hier einen Regenbogen darstellen. Auch der Regenbogen ist natürlich ein hochokkultes Symbol und ist natürlich dieser göttliche Bogen, der sich auch um Mithras spannt und hier dann anstelle praktisch des Schlusssteins wie beim Royal Archgrad oder des Kopfes des Gottes Mithras dann das allsehende Gottesauge, bei dem wir ja auch schon rausgefunden hatten, dass dieses Gottesauge mit Horus in Verbindung steht und Horus über eine lange Kette letztlich auch mit Persäus und Persäus mit Mithras und der Kreis schließt sich immer wieder auf vielerlei Weise. Und jetzt will ich euch was ganz Interessantes zeigen. Und zwar hatten wir ja schon uns diese ganzen Darstellungen angeschaut in der zweiten Sendung, wo der geflügelte Heros, also nicht der geflügelte Heros, aber auf dem geflügelten Pferd, ja, da dann der Persos auf Pegasus gegen das Drachen oder Schlangenwesen kämpft oder der heilige Georg oder der Horus oder Garuda und hier haben wir so ein Relief mit so einer kleinen Szene und hier sehen wir auch das Drachenwesen, nur ist das Geschöpf, was diesmal über das Drachenwesen triumphiert, ist aus der christlichen Bilderwelt, es ist das Lamm Gottes. Wir sehen hier das Lamm Gottes dann als Äquivalent zum fliegenden Heros oder Gott, der das Schlangen- oder Drachenwesen niedertrampelt. Und dieses Lamm Gottes ist ja auch so ein Symbol, was immer wieder auftaucht. Das korrespondiert natürlich mit dem Widder und dem Wechsel vom Widder ins Fische-Zeitalter oder wenn wir jetzt auch über Mithras sprechen, dann ist es ja auch der Wechsel vom Stier ins Widder-Zeitalter. Man könnte sagen, der Mithras-Kult, der spielt auf den Beginn des Widder-Zeitalters an und das Christentum spielt auf das Ende des Widder-Zeitalters an. Und was so interessant ist, es gibt auch eine reiche ikonografische Tradition dieses Lamm Gottes darzustellen. Und hier haben wir mal so ein Bild. Und interessant ist beim Lamm Gottes, es wird auch immer mit den gekreuzten Beinen dargestellt. Und deshalb habe ich mal diese Gegenüberstellung für euch ja hier gebastelt, damit ihr das einmal seht. Das Lamm Gottes, das hat immer die Beine, also zumindest die Vorderbeine gekreuzt. Ja, so wie die Fackelträger Kautes und Kautopathes wie im Mithras-Kult. Und das Lamm Gottes spielt damit ganz klar an diesen Frühlingspunkt im Widder an. Das ist ganz eindeutig. Überhaupt das Kreuz als Symbol, es ist immer auch dieses kosmologische Kreuz, wo sich Himmelsäquator und Ekliptik treffen. Und damit möchte ich jetzt gar nicht dieses metaphysische Symbol erniedrigen oder profanisieren, indem ich es astronomisch erkläre. Es hat diesen astronomischen Bezug, aber hinter jeder astronomischen Tatsache verbirgt sich auch eine astrologische, denn all das hat eine metaphysische und spirituelle und geistige Bedeutung für die Welt und für das kosmische Geschehen. Das Lamm Gottes ist, wenn man so will, könnte man fast sagen, auch wie so eine Art Fackelträger und es wird immer mit so einer Standarte abgebildet. Wie ihr seht, das hat so eine Standarte, die von oben so ein Kreuz hat und dann ist da noch so ein Fähnchen, so ein Wimpel dran, da steht auch Agnus de Lamm Gottes drauf. Und damit hat es auch noch so etwas ganz Interessantes an sich, denn über die vielen Jahrhunderte, in denen das Lamm Gottes dargestellt wurde, auch immer mit dieser Standarte, da hat sich auf vielen Bildern die Position dieses Kreuzes oben auf der Standarte verschoben. Das wollen wir uns jetzt auch einmal anschauen. Und ich habe hier mal verschiedene Bilder des Lamm Gottes für euch zusammengestellt. Und da sieht man dann, dass das Kreuz, je nachdem wie das Lamm abgebildet ist, das ist mal etwas dichter am Kopf. Dann wenn wir jetzt das Bild oben links anschauen oder das Bild dann rechts, da ist dann das Kreuz schon in der Mitte und unten links, da ist das Kreuz schon sozusagen bei der Hüfte des Lammes und bei dem Bild ganz rechts, da ist das Kreuz schon hinter dem Lamm. So und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieses Kreuz den Frühlingspunkt markiert im Widder, dann wird es interessant, denn dieser Frühlingspunkt wandert ja durch die Taumelbewegung der Erdachse durch den Widder, es ist ja nicht so, dass der am Anfang des Zeichens Widders steht und irgendwann nach 2000 Jahren plötzlich zack ist er im Fisch, nein, der Frühlingspunkt wandert über die Jahrhunderte, in so einem Zeitraum sind ja 2000 Jahre circa durch das gesamte Zeichen und die christliche Ikonografie die verweist darauf, der Frühlingspunkt wandert auch über die Jahrhunderte auf den Bildern des Lamm Gottes durch dieses Lamm, wenn man so will, bis er das überwunden hat, auch das Bild unten rechts, es ist das modernste, ich weiß, bin gerade nicht sicher, es ist aber glaube ich von 1911 oder 1912 und es ist jetzt nicht so, dass das, dass man es eins zu eins in jeder Kirche, wenn dann das Lamm Gottes dargestellt ist, so finden kann, aber es gibt diese Tendenz und es muss also im Christentum, im Mittelalter und in anderen älteren Epochen in der Spätantike und ich denke auch noch, ich denke eigentlich bis in die Aufklärungszeit, da mag das Ganze dann langsam verloren gegangen sein, dieses Wissen um die astralen, astrotheologischen, astronomischen Zusammenhänge, dieses Wissen muss bestanden haben und war Teil der christlichen Lehre. Insofern ist hier sieht man so ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei dem Christentum in eine kosmologische Religion handelt und es muss erwähnt werden, weil es einfach auch wieder diese Parallele zum Mithras Kult aufzeigt oder diese Verbindung oder auch einfach zeigt, wie weit diese Religionen und Kulte einander ähneln und das Christentum war ja am Anfang keine Massenreligion wie heute, sondern das Christentum war ein Mysterien Kult, Dimitras Kult, artverwandt und auch vergleichbar. Hier sieht man auch noch so ein apokalyptisches Lamm Gottes Gottes mit sieben Augen, ja, das können sowohl die sieben Siegel sein, es können aber auch die sieben Planeten sein, die sieben Initiationsstufen, diese sieben Zahl, auch die Wochentage, die wiederum Planeten entsprechen, diese ganze sieben Zahl ist ja hoch esoterisch und da sieht man auch wieder das Lamm Gottes und hier sieht man dann auch, das ist interessant, das Kreuz befindet sich direkt am Kopf des Lamm ist, ja, es scheint, ist ja auch ein sehr altes Bild, es ist der Anfang des Witterzeitalters hier gemeint und eine Frage könnte man auch aufwerfen, wenn wir gesagt haben, der Mithras-Kult, der Mithras-Kult bezieht sich zeitlich auf diesen Wechsel vom Stier ins Witterzeitalter, dann kann man natürlich auch beim Christentum fragen, in dem Blick auf die Astro-Theologie verweist es durch das Lamm Gottes nicht stark auf den Beginn des Witterzeitalters und natürlich dann auch mit der Fische-Symbolik und der Taufe, der Wassertaufe, natürlich auch ins Fische-Zeitalter, aber vielleicht sind die kosmologischen und astrotheologischen Zusammenhänge, die uns diese Mysterien-Kulte zeigen, wirklich über sehr, sehr lange Zeiträume und Zeitspannen zu verstehen und verweisen auf verschiedene Zeitalter und Zustände und so macht es ja auch Sinn, dass Christus mit beginnendem Witterzeitalter dann das Lamm Gottes ist und dann gegebenenfalls mit beginnendem Fischezeitalter zum Ichtes, zum Fisch wird, aber dazu natürlich auch mehr in meiner Sendung über frühchristliche Katakomben und Astro-Theologie. Wer sie noch nicht gesehen hat, schaut sie euch an, da geht es dann vermehrt um diese christlichen Symboliken und das hier ist natürlich auch ganz, ganz, ganz zentral, liebe Freunde, die Kreuzigung. Ja, die Kreuzigung, ein ganz zentrales Bild des Christentums, heutzutage keine Kirche ohne Kreuze, also zumindest keine, die ich kenne. Interessant ist, in der orthodoxen Kirche, in der Ostkirche, da ist, da gibt es natürlich auch Kreuzigungsszenen, aber da ist das Ostermysterium der Wiederauferstehung mehr im Fokus, während im westlichen, im katholischen Raum und dann auch im Protestantismus die Kreuzigung und die Passion Christi etwas mehr in den Fokus gerückt ist, wie auch das Weihnachtsfest, im Osten wird mehr das Osterfest gefeiert, größer zumindest, aber interessant, warum zeige ich euch jetzt das? So wie Mithras diesen himmlischen Stier tötet, das Stier Opfer begeht, ja und man kann auch davon ausgehen, dass auch der Stier sozusagen ein Aspekt des Gottes Mithras ist, es ist auch eine Art Selbstopfer, so bringt auch Christus das Selbstopfer bei der Kreuzigung und so wie Mithras flankiert ist von Kautes und Kautopates, ja so den meinen Fackelträger, wir hatten das schon, Fackel nach unten, Fackel nach oben, aufsteigendes, absteigendes Licht, so ist Jesus Christus bei der Kreuzigung ja von diesen beiden Verbrechern begleitet und da ist es ja auch so, das ist dieser interessante Aspekt, der eine Verbrecher, der, da sagt Christus, ja der wird mit ihm ins Himmelreich kommen und der andere geht in die Hölle, versteht ihr auch diese beiden Verbrecher, der eine ist aufsteigend, der andere ist absteigend, diese Symbolik, ja die beiden Verbrecher, die Jesus Christus flankieren, sind Kautes und Kautopathes und auch die Kreuzsymbolik, natürlich, ja die sind am Kreuz, ja bei Kautes und Kautopathes hat man die gekreuzten Beine, also auch hier nochmal so zum Verständnis, es handelt sich um eine astral-mythische Szene, es handelt sich um eine kosmische Wahrheit, eine zeitlose Wahrheit und ich weiß die bibelworttreuen Christen, die das sehen, werden wieder aufschreien und ich sage diese Dinge wirklich nicht um euch zu verletzen und ich will auch nicht euren Glauben diskreditieren, wir werden gleich auch noch auf den Islam zu sprechen kommen und da gilt dasselbe, ich möchte auch nicht die von unseren muslimischen Freunden die Gefühle verletzen, es geht in keinster Weise hier bei meinen Sendungen darum, Religion in irgendeiner Form jetzt zu diskreditieren, was ich machen möchte ist, ich möchte euch weitere und tiefere Deutungsebenen der Kult und Religion aufzeigen und Verbindungen sodass es vielleicht weiter einfacher wird, auch in fremden Religionen das Vertraute wiederzuerkennen, die Gemeinsamkeiten zu erkennen und vielleicht auch festzustellen, dass den Religionen so kosmische Wahrheiten zugrunde liegen und das ist vielleicht dann ja auch den Religionskritikern oder Atheisten dann vielleicht ja auch eine Hilfe, wenn sie dann erkennen können, welch philosophische spirituelle Dimension doch diesen religiösen Narrativen zugrunde liegt und die ganze Kreuzigungsgeschichte, das möchte ich hier auch nochmal erwähnen, ich möchte jetzt einen kleinen Schwenk Richtung Christentum machen, die ist ja auch zutiefst astrologisch, astrotheologisch aufgeladen, ich werde euch das mal so im Schnelldurchlauf erklären, es gibt ja diese sogenannte Karwoche, diese Kreuzigungswoche, am Karfreitag wird Jesus Christus gekreuzigt und die Wochen beginnen mit dem Sonntag, ja viele denken, die Woche beginnt mit Montag, nein die Arbeitswoche beginnt mit Montag, aber der erste Wochentag ist immer der Sonntag, also von Sonntag zu Sonntag haben wir einen Wochenzyklus und jeder Wochentag der entspricht einem Planeten, der Sonntag entspricht der Sonne, Montag dem Mond, Dienstag dem Mars, hat man noch im Französisch Mardi noch drin, hört man das, der Mittwoch, das ist der Merkur, ja oder im Französisch Mercredi hört man den Merkur auch noch aus, Donnerstag ist der Jupiter, ja oder kommt auch Donnerstag im Deutschen vom germanischen Gott Dona, Freitag ist die Venus, ja wir hören das auch noch im deutschen Freitag, das ist die Göttin Freya, die germanische Entsprechung der Venus, Samstag, im englischen Saturday, Saturntag ist der Saturn und dann beginnt ein neuer Zyklus wieder mit dem Sonntag und ja es ist so interessant beim Christentum bei der bei dieser Kreuzigungsgeschichte diese Karwoche ja die fängt ja an wenn ich mich nicht irre mit dem Palmsonntag mit Christis Einzug dann nach Jerusalem und dann gibt es die drei stummen Tage also Montag Dienstag Mittwoch da passiert nichts und dann geht es am Donnerstag weiter und da feiert er das letzte Abendmahl und dieses letzte Abendmahl ist ja auch so interessant weil es natürlich sozusagen der Prototyp dieser eucharistischen Mähler darstellt ja wir hatten ja auch diese eucharistie Szenen in den Katakomben mit diesen astrosophischen Bezügen und man kann davon ausgehen dass bei diesem eucharistischen Kult nicht nur bei den christlichen eben halt auch psychedelische Substanzen konsumiert wurden das ist sehr interessant dieses christliche Abendmahl und das findet wie gesagt am Donnerstag statt am Tag des Jupiter ist in der Astrologie ein Glücksplanet ist der Götter Vater es ist wirklich ein positiver Tag der Glückstag sozusagen da feiert er das letzte Abendmahl und dann am Freitag am Tag der Venus der Liebe da opfert er sich aus Liebe zu den Menschen es ist das der größte Liebesakt der möglich ist dieses Selbstopfer am Tag der Liebe und das ist auch interessant weil das auch in den Islam hinein spielt und zwar ist ja auch im Islam der Freitag der Gebetstag und die Göttin Venus wird auch mit der Farbe Grün assoziiert und Grün ist auch die Farbe des Islam also auch der Islam nimmt zum Freitag einen Bezug als Tag der Liebe und dann kommen wir zum Samstag zum Saturn Tag da ist dann Christus gestorben und er ist in der Unterwelt er ist im Reich des Todes im Reich des Saturn und am dritten Tag am Sonntag mit dem neuen Sonnenzyklus dann steht er von den Toten wieder auf wir sehen die ganze antike Mysterien Religion ist zutiefst astrosophisch und wirklich etwas anderes als heute viele Christen meinen und so verbreiten die sich sehr wortgetreu an die Texte der Religion halten aber nicht die ganze Tradition in ihren Wurzeln mehr verstehen und sicherlich lässt sich hierbei bei der Kreuzigung da gibt es ja noch mehr Elemente da gibt es die Marien die anwesend sind da gibt es den Longinus und die Lanze und das Blut das vergossen wird und es gibt auch diese Geschichte dass ihm ja ein Schwamm gereicht wird und da habe ich auch was zu gelesen dass dieser Schwamm gegebenenfalls auch einen Bezug haben könnte zu einem Pilzkult es gibt dann glaube ich im lateinischen oder altgriechischen gewisse Bezeichnung für Schwämme die auch mit dem Wort für Pilz korrespondieren also das ist jetzt aber sehr spekulativ aber soll auch hier einmal genannt werden aber schauen wir doch mal weiter und kommen wir hier rauf zu sprechen weil jetzt wird es wirklich interessant was ich euch jetzt präsentiere das hat auch glaube ich meines ist es noch kein anderer gemacht also zumindest habe ich dazu keine Quelle gefunden das sind so meine eigenen Forschungen und ich habe mir einfach überlegt wenn der Mitras Kult so eng verwoben ist mit dem Christentum und in so viele Bereiche reingewirkt hat ja bis hinein in die Freimaurerei warum soll er nur nach Westen gewirkt haben warum soll es orientlich auch eine Wirkung nach Osten gegeben haben oder Südosten in den Islam hinein wir wissen dass der Islam auch seine Wurzeln im Christen und Judentum hat aus Selbstverständnis heraus ist er praktisch eine Erneuerung der alten Religion oder eine Rückbesinnung auf die wahre Religion aber er steht natürlich auch in der christlich-jüdischen Tradition er ist die Fortführung davon und ohne jetzt endlos lange über den Islam sprechen zu wollen weil das würde genau wie bei dem Thema Kali oder Horus wieder ganze Sendungen füllen es gibt ja grob diese Einteilung in Sunnitischen und schiitischen Islam und schiitisch das kommt von dem Wort Schia das bedeutet so viel wie Partei und damit ist gemeint die Schia die Partei Alis ja und Ali ist der vierte Kalif und praktisch der vierte rechtgeleitete Nachfolger von Mohammed und da steigen wir jetzt mal ein bisschen tiefer in die Materie ein es war dann so im Islam gibt es das Problem also Mohammed hat diese Offenbarung des Koran und verkündet die und es bildet sich dann schon die Gemeinde der Muslime und als Mohammed stirbt da gibt es zweierlei Probleme zum einen wer soll sein Nachfolger werden und zum anderen diese Frage wer kann diese Botschaft den Koran die Mohammed erhalten hat wer kann die richtig interpretieren wer den Koran mal gelesen hat oder in Übersetzung der wird auch schnell feststellen es ist ein sehr rätselhafter Text wie alle religiösen Schriften total schwer zu interpretieren und die frühen Muslime die haben dann gesagt naja wer den auf jeden Fall interpretieren kann oder am ehesten interpretieren kann das sind die engen Gefolgsleute die Mohammed noch gekannt haben die um ihn herum waren und insofern sind das diese vier rechtsgeleiteten Kalifen die sind deshalb rechtgeleitet weil Erhalten haben und da gab es dann sehr verworrene Machtkämpfe und wer hat dann das Recht die Nachfolge anzutreten und es ist wohl so dass eigentlich der Ali der Schwiegersohn Mohammed ja würde ich wahrscheinlich auch so interpretieren da stelle ich mich dann auch mal auf Seite der Schiiten den eigentlichen Anspruch drauf hatte aber dann mehrfach übergangen wurde es dann verschiedene Kalifen gestorben und er ist dann als letzter dieser rechtgeleiteten Kalifen dann schließlich in die Nachfolge Mohammeds getreten und auf Ali geht dann praktisch die Richtung des Schiismus zurück das ist die große Spaltung innerhalb des Islams und ich will da jetzt auch gar nicht werten ich möchte auch keinem Sunniten zu nahe treten ich zeige das möchte das hier einfach nur mal so anführen weil man auch hier gewisse Parallelen zu Mithras Kult erkennen kann und zum einen seht ihr schon ihr seht hier ganz in der Mitte seht ihr Ali sitzen dieser bildlichen Darstellung und er trägt sein Schwert das ist so sein Schwert heißt Sulfika und das ist in der Tradition ein Schwert mit zwei Klingen deshalb seht ihr dann so am Ende ist das wie so ein V gespalten so hat man sich das vorgestellt oder in der ikonografischen Tradition immer dargestellt und Ali wird immer zusammen dargestellt mit zwei seiner Söhne er hatte mehrere Kinder ich glaube auch mehrere Söhne aber zwei sind so ganz zentral und das sind Hassan und Hussein und die sehen wir hier zu seiner linken und zu seiner rechten sitzen Hassan und Hussein hier eine andere Darstellung wie der Ali und das Schwert und Hassan und Hussein und das ist so interessant also der Name Ali übersetzt aus dem Arabischen der heißt schon so viel wie der Hohe oder der Erhabene das ist schon fast wie so ein göttlicher Name der Erhabene der Hohe und in der muslimischen Tradition hat die Mohammed der Prophet persönlich noch einen Beinamen gegeben Asadullah was so viel wie Löwe Allahs bedeutet Ali ist also der Löwe Allahs der Löwe Gottes und wir hatten ja auch schon den Löwen kopfigen Gott der ja auch mit Mithras assoziiert wird also so wie auch Mithras dann in einigen Aspekten der löwenköpfige Gott ist so könnte man auch sagen als Äquivalent ist Ali der Löwe Gottes und Mithras wird ja immer flankiert von Kautes und Kautopates den Fackelträgern und deren Namen hatte ich euch ja schon genannt die sind sich ja so ähnlich eigentlich ist es ja Kautes und Kautopates ist so wie der erhöhte Kautes und genauso ist das bei Hassan und Hussein das ist so interessant der Name Hassan der bedeutet so viel wie gut oder schön und Hussein ist eigentlich nur die arabische Kurseform von Hassan eigentlich haben die sozusagen denselben Namen nur in zwei Varianten so wie Kautes und Kautopates es ist dann auch ganz interessant wie die wie die Geschichte weitergeht es ist dann so dass praktisch mit Ali und seinen Söhnen endet diese Zeit der rechtgeleiteten Kalifen die werden dann besiegt von der Umayyaden Dynastie und die Umayyaden Dynastie die treten dann das Erbe an und die haben aber praktisch nicht mehr Mohammed selbst erlebt und der erste Herrscher der Umayyaden der dann auch in der Schlacht von Kerbala siegt und ich glaube ich weiß gar nicht ob dort in der Schlacht von Kerbala Hassan oder Hussein ums Leben kommt jetzt kriege ich es durcheinander ich hatte es mir vorhin noch gemerkt naja auf jeden Fall da siegt dann übrigens der Yazid der erste und begründet dann die Umayyaden Dynastie und sehr interessant in der arabischen muslimischen Geschichtsschreibung gilt diese Umayyaden Dynastie in vielerlei Hinsicht als unislamisch oder oder als eigentlich so eine Art Tiefpunkt die Umayyaden gelten als vor allem dieser Herrscher Yazid der erste als als Trinker als jemand der sich dem Glücksspiel hingibt also als als eine Figur die in vielerlei Hinsicht eine Zeit ein Reich der Finsternis einleitet und das und das doch auch schon so interessant in dieser Schlacht von Kerbala das ist dann so dass dann halt ja der eine Sohn ich war leider Mann das ist so unangenehm Kriegsab ist gerade voll das Blackout ob es jetzt Hassan oder Hussein war eigentlich weiß ich es aber einer von beiden der stellt sich in der Schlacht von Kerbala diesem Yazid dem ersten entgegen zusammen mit 72 Gefährten in der Überlieferung und er leidet ein Martyrium wird getötet und danach wird dann eigentlich dieses Reich der Finsternis eingeleitet also wenn wir das mal trennen von der Vorstellung dass es sich dabei um eine historische Erzählung handelt und das Ganze vielleicht einmal als astralmythischen Stoff interpretieren dann ist es ja auch so wie der Fackelträger der seine Fackel nach unten weist das Herbst Äquinoctium das Licht nun besiegt ist und eine Zeit hereinbricht wo die Finsternis herrscht und ich sehe hier in der schiitischen Tradition gewisse Bezüge zum Mithras Kult und zu diesen uralten Erzählungen es ist auch sehr interessant diese Zahl in der Schlacht von Kerbala dass er mit 72 Gefährten dort kämpft die Zahl 72 die ist auch so eine esoterische Zahl wie die 7 oder die 12 die in ganz vielen Mysterienschulen und Einweihungslernen in der ganzen Welt eine Rolle spielt es gibt auch diese andere Geschichte im schiitischen Islam da gibt es noch die Vorstellung der sogenannten 12 Imame auf die dann wenn ich mich nicht irre auf die gewartet wird oder auf den letzten von denen ich kriege es echt nicht zusammen es tut mir auch leid ich bin kein Experte in diesem Bereich wir kratzen das Thema nur einmal an aber ich wollte es auch wie gesagt nicht unerwähnt lassen und die 12er Zahl verweist natürlich auch auf diese kosmologische Komponente und ja hier so eine weitere Darstellung von Ali mit seinem Sohn Hassan und Hussein und hier ist auch interessant das ist ein Bild von Ali zusammen mit dem Löwen er ist ja wie gesagt der Löwe Allah der Löwe Gottes und für mich aus meiner Sicht ein ganz klarer Bezug in diese uralte Mithras Symbolik und ich finde was ich besonders interessant finde wir haben ja schon rausgearbeitet dass der Mithras Kult immer wieder nach Persien verweist ja zum einen eben halt wissen wir es gibt ja auch Mithra als persischen Gott und dann hellenisiert irgendwie Mithras wird wir wissen dass Mithras korrespondiert mit Perseus Perseus ist der Vater des Perses und Perses der Stammvater der Perser und wenn wir jetzt uns vorstellen dass diese mitrische Gedankenwelt den schiitischen Islam geprägt hat und dass der schiitische Islam dann sich gerade im Iran in Persien durchgesetzt hat dann könnte man auf eine gewisse verquere Art auch sagen back to the roots insofern ist es ja vielleicht so dass wenn die wenn die Iraner heute den Schiismus anhängen sie eigentlich ihrer Urreligion nur in einem ganz anderen neuen Gewand anhängen und oder zumindest Aspekte und Motive der persischen Religion dann über diesen großen Umweg des Islams und der Eroberung durch die Muslime die dann ja den Persien damals islamisiert haben zurückgekehrt ist und das ist auch so ein interessanter Aspekt und ein ähnliches Phänomen haben wir auch im christlichen Europa wo auf der einen Seite das Christentum die alten Religionen zerstört hat und auf der anderen Seite Motive der alten Religion so stark im Christentum hinein reichen dass sie in vielerlei Hinsicht ja auch weitergeführt werden ja diese Darstellung ein bisschen kitschig finde ich auch interessant hier sind jetzt wieder alle Attribute zu sehen wir haben Ali wir haben Hassan Hussein wir haben das Schwert ja und das Schwert wie gesagt ist ja auch als Harpe so ein Persäus Symbol Persäus entspricht Mithras und wir haben dann oben rechts so eine Figur ich weiß leider nicht wer genau das wen das darstellt sie hat so die Arme gekreuzt sieht auch aus wie so dieses himmlische Kreuz und hat eine Kopfbedeckung die an die frühkrische Kappe erinnert also sehr interessant die Aspekte auch vom Mithras Kult in Richtung Islam ja es ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen es war der Sohn Hussein der in der Schlacht von Kerbala fiel aber so ist das manchmal wenn man hier so unheimlich viele Informationen verarbeitet und euch erklärt auch meine Kapazitäten sind begrenzt manchmal verwechselt man was oder hat man Blackout aber ist nicht so schlimm wir wollen jetzt gleich munter voranschreiten nachdem wir jetzt diese Verbindungslinien gesehen haben in diese muslimische Richtung in die schiitische Richtung da wollen wollen da wollen jetzt noch mal etwas näher eingehen auf dieses thema mit als pilzkult und dafür da schauen wir uns einmal die geburt des mit Mithras an in der in der mitrischen überlieferung wird Mithras nämlich aus einem Stein geboren und er wird dann oft so dargestellt wie hier ganz interessant so als ob er gerade aus einem Ei geschlüpft wäre er hat noch so eine Eischale auf dem Kopf er trägt auch schon den Dolch in der Hand und umgeben ist er von einem Ring der die Tierkreiszeichen abbildet das bedeutet Mithras ist da sieht man es auch wieder er ist eine kosmische Figur er wird in diese kosmische Ordnung geboren er ist mit dem Tierkreis verbunden ja man könnte auch sagen er ist ein Kosmokrator ein Beherrscher der kosmischen Ordnung und er erlebt diese Steingeburt und das ist auch sehr interessant wer vielleicht aus der Reihe politische Anomalien die Folge gesehen hat die ich mit Frank Stoner zusammen gedreht habe über die Tschetschen da kamen wir auch darauf zu sprechen dass es dort im Kaukasus verschiedene Mythen gibt von Heronen die so eine Steingeburt erlebt haben und dass auch die Wurzeln teilweise der kaukasischen Kulturen da in dem Fall ging es um das Volk der Tschetschen auch in diesen ost anatolischen Raum hinein reicht und da haben wir auch den Bereich wo der Mithras Kult mit Königreich von Pontos sehr interessant diese Darstellung und hier mal nur so eine Gegenüberstellung hier haben wir so eine Darstellung aus dem christlichen Bereich Maria und Josef und das Christuskind und sie sind auch in so einem kosmischen Ei sehr interessant diese kleine Parallele und Verbindung also dieses Motiv des Gottessohnes der eine Jungfrauengeburt hat und der mit einem Ei assoziiert wird und mit einem Stein die ist nicht nur Mithras Kult aber es gibt diese Verbindung und diese Parallelen in den Symboliken und natürlich wird dieses kosmische Ei das wird dann zum Osterei also wer sich schon mal gefragt hat warum wir am Osterfest auch Eier haben da mag es viele Erklärungen für geben es hat mit dem Frühling viel zu tun und mit Fruchtbarkeit deshalb wie auch der Osterhase als ein Symbol der Fruchtbarkeit und das Ei ist eben halt auch ein Symbol des neuen Lebens aber auch des neugeborenen Gottes und so wie Mithras dort bei der Steingeburt praktisch aus dem Ei schlüpft so könnte man im übertragenen mystischen Sinne natürlich auch davon sprechen dass Christus der in dieser Krippe geboren wird die übrigens in den älteren Traditionen eine Höhle ist also der Stall wo seine Krippe steht das ist ein Stall in einer Höhle eigentlich dort wird er geboren und ist sowohl auch in dem Sinne eingebettet in das kosmische Ei wenn man so will und das hier ist noch so interessant was wir hier sehen weil das ist wirklich deutlicher geht es nicht das sind die heiligen drei könige ja nur sie sind gar keine drei könige also ich will es euch erklären wir alle kennen die heiligen drei könige aus dieser mittelalterlichen christlichen überlieferung die dann wenn jesus geboren wird ihm diese weihgaben darbringen und neun testament im original neualtgriechischen dort ist nicht von königen die rede sondern von sogenannten magoi ist der plural für magos für magier es sind also drei magier aus dem morgenland und wenn wir uns überlegen ja das spielt ja alles im römisch besetzten palästina zu dieser zeit und das morgenland ja weil für uns hier in nordwesteuropa ist vielleicht schon palästinas morgenland aber was man dort dann als morgenland bezeichnet das ist natürlich persien persien und al-khaldea auch der heutige irak diese ganze region östlich und die drei magier sind hier schon gekennzeichnet durch die rote frügische kappe es sind man könnte sagen es sind mithras anhänger vielleicht sind es mithras priester und die kommen nun um den neugeborenen christus zu segnen und es gibt sehr interessant warum sie dann auch in der späteren überlieferung warum dann in der ikonografie aus ihnen könige gemacht werden die ganze Bedeutung auch über diese figuren könnte man so endlos lang sprechen interessant ist einfach das hier ist nämlich die älteste darstellung die wir von den drei magoi haben dass sie in verbindung mit dem mit 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 kult stehen und mal wieder so eine verbindungslinie zwischen mit 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 christentum aufzeigen und es könnte jetzt natürlich sein dass das frühe christentum versucht hat sich dadurch zu legitimieren dass sie gesagt haben hier unser neugeborener christus dem huldigen ja selbst die mithras anhänger vielleicht war aber auch der übergang und die grenze zwischen diesen mysterien kulten gar nicht so trennscharf wie das heute der fall ist oder wie das der moderne mensch unbedingt so braucht und sehen muss vielleicht war man da in diesen antiken zeiten ja auch im gewissen sinn etwas toleranter die grenzen offener man sieht ähnliche religiöse phänomene auf dem indischen subkontinent und manchmal die die trennlinien zwischen hinduismus und buddhismus und den ganzen religionen ja auch nicht so ganz trennscharf und es ist noch deutlicher wie die ineinander übergehen und ich kann mir gut vorstellen dass es in der antiken welt auch so war ich habe auch schon eine interpretation mal gelesen die die heiligen drei könige oder die drei magoi mit dem gürtel des orion in verbindung bringen wenn man das astro theologisch deutet also es gibt das sternbild orion der große jäger und er hat diese drei sterne im gürtel von orion und auch die hängen mit den pyramiden in ägypten zusammen und wenn wir uns das anschauen ich hatte euch ja schon diese darstellung der sterne also der echten tatsächlichen sternbilder gezeigt und da haben wir ja den persoist der sich über dem stier befindet und der dann zu mitras wird und unter dem stier auch auf der milchstraße da liegt orion und auch wir können nicht ausschließen dass auch der orion mythos und der gürtel des orion auch in diese große symbolwelt mitras kult und frühchristentum mit hineingewirkt hat das hier ist auch interessant das ist wieder ein bild aus einer christlichen katakombe und das zeigt die figur orpheus die auch eigentlich nicht aus der christlichen symbolwelt stammt zusammen mit so einer laier und trägt auch eine frühchrische kappe sieht ja auch fast schon aus wie so ein mithras jüngling das müsste man auch nochmal gesondert näher behandeln ich will es hier einfach nur gezeigt haben um auch zu zeigen in der frühchristlichen katakombenwelt gibt es noch viele rätselhafte bilder zu entdecken und vieles was gar nicht so klar ist wie man das eigentlich interpretieren kann und wo die verbindungslinien dann zu anderen mysterien kulten eigentlich liegen ja das ist jetzt interessant jetzt kommen wir wieder mal ans eingemachte ich hatte ja vorhin schon erwähnt dass die kopfbedeckung der bischöfe noch heute mitra heißt also die die tragen es ja keine fügerische kappe die tragen aber eine kappe die diesen namensbezug zu mitras hat mitra und jetzt gibt es einen bischof es gibt ja viele bischöfe und manche waren dann auch heilige der eine ganz besondere rolle spielt das ist der heilige nikolaus und der heilige nikolaus war ja der war ja bischof von von myra und das liegt in lykien und diese region lykien die liegt auch in kleinasien die liegt etwas westlich von klikien also nicht allzu weit entfernt von tarsus und und diesem kerngebiet der kilikischen seeräuber und diesem zentrum des mitras kultes und da da wirkte halt der heilige nikolaus als bischof und der heilige nikolaus über den nikolaustag und die ganze dann abendländische und mittelalterliche tradition ist dann ja mehr und mehr wenn man so will zum weihnachtsmann geworden oder ist als nikolaus mit dem weihnachtsmann verschmolzen es ist ja immer es ist ja märchen mythenstoff wenn man so will da sind die trennlinien nicht ganz so klar aber da ist schon schwierig den nikolaus der geschenke bringt dann vom weihnachtsmann so zu trennen und das ist so interessant weil das weihnachtsfest wiederum zumindest dieser teil den wir so feiern hat hat ja ganz viele bezüge die gar nicht so unbedingt christlich sind das fängt schon mal damit an weihnachten ist das geburtstag von christus und das wurde von das wurde künstlich festgelegt und zwar war das eigentlich ein mitras fest der 25. dezember und dort wurde dann in frühchristlicher römischer zeit einfach das weihnachtsfest der geburtstag von christus auf das mitras festgelegt warum man das gemacht hat ob das eine art konkurrenz zum mitras kult war ob aus mystischer sicht aus austral theologischer sicht christus und mitras sowieso dieselbe figur waren ob es auch eine uralte christliche tradition gab die wir heute nicht mehr kennen die vielleicht sowieso den geburtstag von christus da verortet hat das wissen wir nicht ich will das auch gar nicht so werten ich will es nur mal so erwähnen also das weihnachtsfest wurde wurde ganz bewusst auf das mitras fest gelegt und neben natürlich der ganzen liturgischen kirchentradition die mit weihnachten zusammenhängt hat sich dann im abendland diese tradition um den weihnachtsmann und den nikolaus gebildet und die geht zurück eben auf den heiligen nikolaus ja diesen bischof von myra der geografisch auch in der nähe kellykiens beheimatet war und ja das geht jetzt aber noch weiter das ist ja so interessant weil natürlich auch mit weihnachten hängt noch mehr zusammen wir haben also einmal diesen weihnachtsmann der eigentlich ein bischof ist wenn man so will mit einer mitra mitra und es gehört auch noch der weihnachtsbaum dazu und ja bei den weihnachtsbäumen da weiß man noch gar nicht so genau was es damit wirklich auf sich hat weil offiziell tauchen die das erste mal im elsass auf im 16 jahrhundert und es ist aber mit hoher wahrscheinlichkeit nicht der echte ursprung also diesen älter lichtbäume bäume die man in festen entzündet oder die man mit lichtern schmückt das ist das ist auch urgermanisch das ist sicherlich auch urkeltisch und ich denke dass das ist eine tradition die sich bei allen heidnischen religionen in irgendeiner form gefunden hat oder und es war es ist auch interessant es gibt dann so zum beispiel als hier so dieser germanische raum christianisiert wurde da gab es von karl dem großen so einen erlass dass er verboten hat lichter bei felsen einig dass das ein heidnisches erbe ist auch in zusammenhang mit mit mithras zu sehen und jetzt wird es noch interessanter wir hatten ja schon erwähnt dass es auch die 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 vermutung gibt die naheliegende vermutung dass es bei mithras kult und bei allen mysterien kulten und auch bei perseus auch um den verzehr psychoaktiver pilze geht und der fliegenpilz wird auch häufig in verbindung gebracht mit bäumen und auch andere psychoaktive pilze aber vor allem der fliegenpilz und hier auch in dieser darstellung mit der tanne und die tanne ist dann der weihnachtsbaum denn der fliegenpilz ja der wächst es ist ja nur der fruchtkörper den wir hier sehen der eigentliche pilz ist das mycel das ist unterirdisch das ist so eine Art wurzelgeflecht und dieses wurzelgeflecht das verbindet sich mit den wurzeln von bäumen und die pilze und die pflanzen die bäume die gehen ich weiß nicht ob es eine symbiose direkt ist aber die gehen so eine enge verbindung aus ein und tauschen stoffe aus und kommunizieren miteinander es gibt natürlich auch ein pflanzen und naturbewusstsein und die pilze mit ihrem sehr langen netzwerk der mycele verbinden auch mehrere bäume miteinander und dann könnte man sagen sie sind vielleicht auch dann sowas wie das nervensystem des waldes und es ist nicht überraschend dass gerade diese lebewesen die ja auch als gattung irgendwo zwischen tier und pflanze stehen ja eine ganz eigene kategorie darstellen dann ausgerechnet auch die psychoaktiven stoffe hervorbringen ich meine selbst der alkohol durch die gärung mit hefepilzen entsteht letztlich ja auch im zusammenhang mit pilzen also pilze und bewusstsein das hängt ganz eng miteinander zusammen und ja der fliegenpilz der mit dem mysterienkult im zusammenhang steht der wächst unter der tanne und der bischof oder der weihnachtsmann der könnte in dem sinne auch gegebenenfalls sowas wie der mitras priester sein der uns die geschenke unter den weihnachtsbaum legt ja und diese geschenke sind eigentlich die psychoaktiven pilze die unter der tanne wachsen das ist symbolisch sind das die geschenke die wir uns unter den weihnachtsbaum legen dann gibt es noch diese geschichten dass der weihnachtsmann ja auch auf einem schlitten auf einem renntier schlitten ja durch die lüfte fliegt auch das motiv des fliegens ist natürlich der der psychedelische rausch und man weiß aus sibirien dass renntiere also wilde renntiere in der natur teilweise fliegenpilze fressen und dann auch berauscht sind und daher kam der mythos vom fliegenden renntier weil die renntiere auch die pilze konsumieren und deshalb wird halt der weihnachtsmann schlitten auch von renntieren getragen so kommen die in diesen mythos mit hinein hier sehen wir auch noch mal so einen mithras der jetzt geboren wird also wir verlassen jetzt noch mal das weihnachtsthema so interessant das auch ist und wie viel da so drin steckt mithras hatten wir auch schon gesehen in dieser darstellung wo er aus dem felsen geboren wird in diesem kosmischen ei aber es gibt noch so andere darstellungen wo aus so einer felsenartigen struktur manchmal werden die auch als tannenzapfen bezeichnet da ist dann auch wieder die verbindung zur tanne geboren wird und ihr seht das hier auf der darstellung und er trägt wieder den dolch und auch die fackel und schon die phrygische kappe die ja auch rot ist übrigens und wenn man sich jetzt vorstellt dass es sich dort um so ein pilzkult gehandelt hat könnte man sich auch vorstellen dass auch mitras eben mit dem psychoaktiven pilz identifiziert wird und so wie seine kappe rot ist so ist ja auch der fliegenpilz rot und so wie mitras aus dem stein geboren wird so gibt es auch pilze die auf felsformationen und steinen wachsen und wo es auch für den acharischen frühen menschen gewirkt haben muss als ob der pilz aus dem felsen wächst man könnte sich vorstellen auch hier ist der junge gott mitras mit seiner roten kappe der geboren wird aus dem felsen und der diese fähigkeit und macht besitzt den menschen mit dem kosmos und dem kosmischen bewusstsein zu verbinden und auch diese darstellung ist relativ eindeutig die habe ich für euch mal so zusammengetragen wir sehen oben noch verschiedene darstellungen des mitras der jetzt aus dem felsen geboren wird in der einen darstellung hält er auch ein globus er ist gekennzeichnet als kosmokrator da fehlt allerdings die phrygische kappe interessanterweise und unten sehen wir fliegenpilze also beziehungsweise die fruchtkörper von amanita muscaria in einem früheren stadium noch bevor sie dann ganz ausgewachsen sind und rot und weiße punkte haben da sehen sie praktisch wenn sie aus dem felsen heraus wachsen sehen sie so aus und ich glaube die ähnlichkeit zur mitras geburt die wird hier deutlich und ich weiß da mögen jetzt manche dann wieder auf schreien und sagen nein das kann man auch anders sehen und was erzählt er uns hier und ja das kann man auch anders sehen und ich bin offen für weitere Deutungsebenen ich stelle euch aber diese Deutungsebene vor und ich glaube dass hier viel Wahrheit drin steckt dass es diese Bezüge zu psychoaktiven Pilzen gibt zu diesen veränderten Bewusstseins Zuständen und genauso auch zur Astrotheologie und das finde ich an Mysterien Kulten so unheimlich spannend und interessant und beachtlich und nun wollen wir uns mal einen weiteren Aspekt des Mitras Kultes anschauen der ebenfalls gegebenenfalls ja Verbindungen zu einem Pilzkult aufweist und da schauen wir uns mal das hier an es gibt halt neben der Tauroctonie und dem löwenköpfigen Gott da gibt es in den Mitränen auch häufig diese Darstellung und das ist das Liebesmal zwischen Mithras und Sol Sol dem Sonnengott und da gab es ja auch schon in der ersten Sendung hatte ich das gezeigt so kleine Reliefs wo Mithras der dann den Stier getötet hat den so über die Schulter nimmt und den zum Sonnengott hinträgt und der Sonnengott verneigt sich dann von Mithras ist es relativ unklar noch wie dieses Verhältnis zwischen Mithras und Sol gedeutet werden soll Tatsache ist aber es taucht auf die beiden treffen sich dann in dieser Mithras Mythologie und feiern gemeinsam ein eucharistisches Liebesmal und wie gesagt wie bei der frühchristlichen Eucharistie genauso auch hier in diesem Mysterienkult diese Mähler das sind kosmologische Szenen und gleichzeitig kann man auch davon ausgehen dass gegebenenfalls die Mystagogen die Anhänger dieser Kulte diese Mahlszenen auch selbst in ihren Festen dann nachgelebt haben nachpraktiziert haben und dort dann die psychoaktiven Substanzen zum Einsatz kamen und hier nochmal diese Nahaufnahme links sehen wir Sol den Sonnengott und rechts sehen wir Mithras mit der phrygischen Kappe und ich habe das Gefühl dass hier auch ganz deutlich wird was es eigentlich mit dieser Kopfbedeckung auf sich hat denn ich sehe hier auch ganz klar den Gegensatz zwischen Sonne und Mond oder eben halt dieses Paar Sol ist ganz klar ist der Sonnengott auch mit diesem Strahlenkranz umgeben und Mithras trägt die phrygische Kappe er symbolisiert durch seine Kopfbedeckung auch den Mond wie gesagt auch seine Waffe die Harpe wenn man ihn dann mit Perseus gleichsetzt ist eine Mond sichel Waffe wenn man so will also sehr interessant die Verbindung zwischen den beiden und die Verbindung zwischen Mithras und Sol die hat mich zu weiteren Überlegungen dann auch geführt hier noch so eine Darstellung hier sind sie dann beide aus einer Lade und der eine hält auch ich glaube es ist in dem Fall Sol so ein Trinkhorn hoch man kann davon ausgehen dass der Wein den sie hier trinken sicherlich mit psychoaktiven Substanzen angereichert ist ist eine ganz besondere Verbindung wahrscheinlich auch eine Verbindung astraler Kräfte mich mich erinnert die ganze Symbolik dann auch später irgendwann die Alchemie und hier erneut so eine Darstellung und mich hat das Ganze aber vor allem meine Überlegungen meinen Forschungen in eine Richtung gebracht wir hatten ja vorhin schon dieses Thema in Bezug auf den schiitischen Islam dass man gegebenenfalls die Figur des Ali auch mit Mitras assoziieren kann in Verbindung bringen kann da habe ich mich gefragt wenn Mitras sich so auch übersetzen lässt in andere Figuren und wir haben ja schon rausgefunden dass er auch mit Perseus identifizierbar ist und Perseus wurde dann in dieser Stadt Tarsus dem Kilikien liegt dem Kennzentrum der Kilikischen Piraten die den Mitras Kult verbreitet haben da habe ich mich gefragt aber es gibt doch noch eine ganz andere berühmte Figur die aus dieser Stadt Tarsus kommt und der ein oder andere hat vielleicht schon während der Sendung immer daran gedacht aus der Stadt Tarsus stammt Paulus der Apostel Paulus der Apostel Paulus stammt aus Tarsus und wir hatten ja auch schon gesagt dass dort auch schon antiochischer Zeit Juden angesiedelt wurden und Paulus ist sicherlich ein Nachkomme irgendwie dieser jüdischen Gemeinden und die werden engen Kontakt natürlich auch gehabt haben zum Stadtkult dort im Stadtkult um Perseus und auch zum Mitras Kult es ist sehr interessant und ich habe mir dann einfach mal so eine Frage gestellt was wäre wenn wir Paulus einfach mal mit Mitras gleichsetzen wenn wir sagen Paulus wäre ähnlich wie bei den Schiiten im Falle von Ali wäre Paulus eine Fortführung von Mitras weil es ist ein sehr interessanter Gedanke weil man liest oft in der Literatur ja Mitras der entspricht Christus und die Christen haben dann irgendwie das übernommen und geklaut und ich sehe diese Dinge alle viel differenzierter und wir könnten mal davon ausgehen Mitras sei Paulus dann habe ich mich gefragt nehmen wir mal er ist Paulus dann sehen wir Mitras ist ja in diesem Liebesmal dann immer abgebildet mit Sol dem Sonnengott und die nächste Frage wäre dann wenn Mitras Paulus ist wem in dieser christlichen Bilderwelt entspricht dann eigentlich Sol und ja die Frage werde ich gleich beantworten hier ist nochmal so eine Darstellung von Paulus und es gibt eine Geschichte dass Paulus auf einer Insel strandet ich meine es ist Malta wenn ich es richtig zusammen bring und dort wird er von Schlangen gebissen die ihm aber nichts anhaben können und er besiegt die Schlangen Kraft und auch das ist für mich so ein Indiz in diese Richtung weil wir Mitras letzten Endes geht es immer um diesen Kampf gegen die Schlange und auch eben in der Paulus Erzählung gibt es eine Passage die genau das zeigt und das finde ich auch sehr interessant und jetzt kommen wir aber eigentlich zum eigentlichen Kern es ist natürlich nett so eine Theorie aufzustellen es könnte sich bei Mitras ja auch um Paulus handeln aber da muss man natürlich auch nach Indizien suchen und ich habe mich gefragt ist ganz klar wir wissen ja Mitras ist identisch mit dem Sternbild Perseus und das geht ineinander über Mitras Perseus und dann habe ich mal geschaut gab es denn mal Versuche die Sternbilder diese antiken Sternbilder vielleicht auch in christliche Bilder umzudeuten zu übersetzen und tatsächlich hat das im 17. Jahrhundert jemand gemacht Andreas Celarius und der hat einen christlichen Himmelsglobus geschaffen auf diesem christlichen Himmelsglobus hat er dann alle diese ganzen antiken Sternbilder in Figuren aus der Bibel und des Christentums übersetzt und diesen Himmelsglobus oder diese Sternkarte von dem Andreas Celarius habe ich mir mal angeschaut und die große Überraschung war er hat den Perseus mit Paulus übersetzt und das stützt natürlich meine Theorie dass Mithras Perseus Paulus ein und derselbe sind und hier sehen wir die Gegenüberstellung links sehen wir Perseus auch mit dem Gorgonenhaupt und rechts sehen wir dann Paulus dessen Attribut interessanterweise ja auch ein Schwert ist nur anstelle des Gorgonenhauptes hält er die Heilige Schrift und interessant ist auch er hat den Blick abgewendet vielleicht für einen Apostel auch komisch der dann nicht in die Heilige Schrift schaut und wir haben ja auch schon herausgearbeitet welche tiefe Symbolik in diesem Gorgonenhaupt liegt dass das Gorgonenhaupt auch auf den Pilzkult referiert und auf die höheren Bewusstseinsebenen und insofern finde ich es gar nicht so abwegig dann das Gorgonenhaupt durch die Heilige Schrift zu ersetzen es ist sehr interessant diese Gegenüberstellung und für mich eine ganz spannende Spur und Theorie dass der Mithras Kult letztlich in der Paulus Verehrung weitergeht und Paulus ist ja auch so eine interessante Figur weil man manchmal auch sagt Paulus war der eigentliche Religionsstifter des Christentums ja man sagt natürlich immer ja Jesus ist der Religionsstifter wenn man so will aber es war Paulus der eigentlich maßgeblich dazu beigetragen hat dass das Christentum sich dann auch als Religion durchgesetzt hat und Erfolg hatte und also Paulus ist super super zentral auch für die Verbreitung des Christentums und das hier ist auch so spannend weil ich hatte ja eben schon die Frage aufgeworfen ja wenn Mithras Paulus ist wer ist dann Sohl und Paulus wird in der Ikonentradition immer mit Petrus dargestellt und die beiden ja die schmiegen so diese Wangen aneinander die umarmen sich in brüderlicher Liebe in christlicher Nächstenliebe und das könnte auch korrespondieren mit diesem Liebesmal dass Mithras und der Sonnengott Sohl miteinander feiern und insofern wäre Petrus dann Sohl der Sonnengott und Paulus wäre Mithras der durch die Phrygische Kappe mit dem Mond in Verbindung steht es ist auch die Verbindung von Sonne und Mond die uns mit Petrus und Paulus entgegentritt sehr interessant es lädt vor allem auch zu wirklich weiteren tiefen Überlegungen ein weil er auch so viel dann daraus folgt ja hier nochmal so eine christliche Darstellung von Petrus und Paulus und man sieht den Petrus wieder mit diesem Attribut den Schlüsseln und wir hatten schon gesagt es gibt diesen löwenköpfigen Gott der auch mit Mithras assoziiert wird der auch mit den Schlüssel abgebildet wird und dann gibt es Paulus der irgendwie scheinbar auch mit Perseus in Verbindung steht und auch Perseus lässt sich mit Mithras übersetzen und die beiden wie gesagt kann man ja auch sagen sind die wirklichen Urväter der Kirche wenn man so will da habe ich mir auch noch das hier diese Überlegung habe ich dann haben wir natürlich auch in der politischen Welt dann später ja auch Städte die mit diesen Figuren in Verbindung treten und ganz klar Rom mit dem Petersdom und der Petersstadt das ist die die Stadt des Petrus und das weitere Machtzentrum was wir auch schon in einer gesonderten Sendung behandelt haben ist London London hat die St. Paul's Cathedral London ist wenn man so will die Paulus Stadt oder und wenn Mithras mit seiner phrygischen Mondkappe ja den Mond repräsentiert und Petrus die Sonne dann könnte man auch sagen Rom ist die Sonnenstadt und London gegebenenfalls die Mondstadt das sind natürlich jetzt wieder Überlegungen die sehr spekulativ sind die vielleicht auch sehr weit hoch geholt sind aber ich möchte all diese Gedanken mit euch teilen die mit diesem Thema zusammenhängen und ich finde auch interessant das Papstwappen das Papstwappen also auch das Wappen aller Päpste auch wenn es dann variiert enthält immer diese Schlüssel die Jesus dem Petrus überreicht hat weil ja die Päpste sich in der Nachfolge von Petrus sehen und ich finde auch oben sieht man den Petersdom und den Petersplatz und man könnte sich auch vorstellen dass diese Gesamtanlage vielleicht ja auch architektonisch ein Schlüsselloch darstellt wenn man überlegt wie wichtig die Schlüssel als Symbole für Petrus die Päpste und Rom sind vielleicht ist dieser Petersdom und sein Vorplatz auch ein Schlüsselloch ja dann zum himmlischen Reich wenn man so will und dann würde auch der Obelisk den man dort zentral aufgestellt hat eine ganz andere Bedeutung bekommen man sieht ja auch hier bei der Flagge der City of London dass auch dort das Paulusschwert noch mit im Wappen enthalten ist also ihr seht liebe Freunde auch dann so in dieser politischen Sphäre die ganzen Verbindungslinien die sich so vom Mithras Kult in diesem weiten Netz spannen lassen die sind sehr sehr interessant und je tiefer man sich mit dieser Materie befasst desto interessanter wird es eigentlich ja und langsam da kommen wir jetzt auch zum Ende mit unserer inhaltlichen Analyse des Mithras Kultes und ich möchte jetzt aber zum Abschluss nochmal darauf eingehen wie dann der Mithras Kult eigentlich unterging ich sag mal in Anführungsstrichen unterging und das war so um das Jahr 380 nach Christi da wurde dann im römischen Reich das Christentum offizielle Staatsreligion und ab da kann man natürlich also im späten vierten Jahrhundert kann man dann natürlich davon sprechen dass dann alle anderen antiken Religionen mehr und mehr verdrängt wurden und auch zwangsweise in den Hintergrund gerieten oder in den Untergrund besser gesagt und es gab aber trotzdem noch natürlich hier und da auch noch heidnische Heiligtümer und Tempel und dieser Übergang dass sich dann das Christentum vollständig durchsetzt und auch die Macht in den Händen hält der geht natürlich noch über eine längere Epoche und hier ist dann vor allem das sechste Jahrhundert interessant und im Jahr 554 nach Christi also in der Mitte des sechsten Jahrhunderts da wird im heutigen Libanon in der Stadt Baal Beek interessanter ist auch der Name Baal mit drin da wird der letzte Tempel des Sol Invictus Mithras aufgegeben also es gab dann natürlich neben den Mitränen dann auch noch so andere mit Mithras verwandte Kulte Mithras war dann auch teilweise Sol Invictus die unsterbliche Sonne und war mit dem Kaiserkult verknüpft also es waren dann auch so Nebenströmungen und da ist dann der letzte Tempel der Mithras oder dem persischen Mithra geweiht war und den wir kennen der wurde da aufgegeben und die sechste Jahrhundert ist aber so interessant weil da wirklich so ein Epochen Wechsel stattfindet ganz viele antike Traditionen nehmen dort ihr Ende und man könnte sagen mittelalterliche Traditionen fangen dort langsam an also wie gesagt 554 so diese Aufgabe des letzten Tempels der irgendwie mit Mithras im Zusammenhang steht im Jahr etwas eher 529 hat der oströmische Kaiser Justinian die sogenannte Akademie verboten und die Akademie das ist diese Philosophenschule die auf Platon zurückgeht also seit Platon der die Akademie gegründet gibt es diese lange Tradition dieser Philosophenschule und gibt dort eigentlich diese Lehrwelt der Platonisten und Neuplatoniker und 529 ist es Justinian der das untersagt und ganz interessant im selben Jahr auch 529 da gründet Benedikt von Nusea in Monte Casino das erste Benediktiner Kloster nach dieser Regula Benedikti also nach dieser Benediktiner Regel und man könnte fast schon meinen dass auch dort die Tradition der antiken Philosophenschulen die dann ja im selben Jahr abbricht durch dieses Verbot durch Justinian in dem Kloster Leben vielleicht fortgeführt wird vielleicht auf eine gewisse Weise neu gegründet wird im selben Jahr auch 529 ganz interessant kommt das in Palästina zum Aufstand der Samaritaner die Samaritaner sind auch eine ja wenn man so will Abspaltung vom Judentum man kennt das vielleicht diesen Begriff ein Samariter auch interessant 570 das ist ungefähr das Jahr in dem in Arabien dann Mohammed geboren wird zumindest dieser Überlieferung nach auch um das Jahr 500 wird der babylonische Talmud abgeschlossen also dieses Schriftwerk der Juden auf das dann das rabbinische Judentum fußt und auch im persischen Raum das ist sehr interessant so zwischen 491 und 529 da taucht auch wieder diese Jahreszahl auf da gibt es in Persien den sogenannten Mastakiten Aufstand und diese Gruppe der Mastakiten das waren soweit ich weiß war das eine Art Priester Gruppe die dort um die Macht gekämpft hat auf jeden Fall hatte deren Lehre auch gnostische und teilweise so urkommunistische Ideen also es ist sehr interessant das 6. Jahrhundert stellt in vielerlei Hinsicht eine Art Epochenwechsel dar und auch in Italien ist es sehr interessant in Italien da ist das weströmische Reich schon untergegangen und Italien ist unter der Herrschaft der Goten und Justinian derselbe oströmische Kaiser der auch die Akademie geschlossen hat der erobert jetzt Italien zurück und da kommt es zu den sogenannten Gotenkriegen zwischen 535 und 554 und das Besondere an diesen Gotenkriegen ist eigentlich dass unter gotischer Herrschaft hat in Italien die antike Kultur noch weiter bestanden Goten waren zwar ja in dem Sinne nicht so im Kulturvolk jetzt die Römer ich will sie jetzt aber auch gar nicht schlecht machen sie waren natürlich germanische Barbaren die dort herrschten nur sie haben die antike Kultur nicht zerstört weil das häufig so dargestellt wird als ob mit den Goten wurde jetzt Rom zerstört nein die haben lediglich sich als Herrschaftsschicht darüber gesetzt und die antike Kultur ging weiter aber Oströmische Kaiser dann Italien zurückerobert hat da kam es eben zu diesem langen blutigen Krieg und da wurde dann letztlich in Italien wirklich die Antike zerstört das kann man auch an der Buchproduktion erkennen es wurden bis vor dem guten Kriegen noch unheimlich viele Bücher geschrieben und produziert und nach den guten Kriegen war Italien kann man sagen um Jahrzehnte oder Jahrhunderte zurück zurückversetzt vergleich für dieses Ausmaß der Zerstörung wäre dann vielleicht der 30-jährige Krieg in Deutschland oder der zweite Weltkrieg also es hat man ja öfter mal dass gewisse Regionen dadurch Kriege so in Mitleidenschaft gezogen werden dass es wirklich zu einem Kulturverfall kommt oder Zivilisationsverfall und das war eben nach den Gotenkriegen der Fall und damit endete letztlich im Westen die Antike das könnte man so sagen also dieses sechste Jahrhundert wo dann auch die letzten Spuren des Mithras Kultes verschwinden das ist in vielerlei Hinsicht noch mal so ganz interessant und sollte auch noch mal näher untersucht werden weil es wirklich so einen Epochen Wechsel darstellt und man könnte jetzt ja meinen dass dann auch damit im 6. Jahrhundert wirklich die Spuren des Mithras Kultes sich im Sande verlaufen aber dem ist interessanterweise so nicht denn nicht nur dass natürlich auch in christlichen Riten oder wie in Bezug auf Weihnachten da so mitrische Gedankengebäude weiter existieren sondern es gibt auch noch so andere Spuren und da will ich euch jetzt mal ein paar Sachen zeigen und zwar das hier sind Zeichnungen aus Büchern aus England und das zeigt frühmittelalterliche Angelsachsen und das interessante ist diese Angelsachsen ja das ist wirklich faszinierend werden mit phrygischen Kappen dargestellt und diese phrygischen Kappen hatten wir ja schon gesagt sind so ein Attribut des Mithras Kultes oder auch in der römischen Kunst eine Darstellung für orientalische Menschen und man hat darüber schon gestritten in der Forschung warum es in Chroniken jetzt Angelsachsen mit frühgrischen Kappen gibt ja eine Theorie sagt gut der mittelaltige Maler der hat sich an römischen Vorbildern orientiert er wusste eigentlich nicht was er tut andere haben gesagt ja mein Gott vielleicht durch römische Truppen durch Legionäre die aus dem Ostteil des römischen Reiches kamen ist vielleicht dieses Mode Attribut auf die britischen Inseln gekommen also ich denke dass es sich da nicht um ein Zufall oder ein Irrtum handelt sondern dass wir in irgendeiner Form eine Fortführung mitrischer Tradition dort auf den britischen Inseln haben wir wissen ja auch in Londinium in der heutigen City of London wurde ein Mitreum ausgegraben es gab am Hadrians Wall Richtung Schottland viele Mitreen der Mitras Kult war definitiv dort in Britannien präsent und inwieweit das dann auf die Angelsachsen Einfluss genommen hat das bleibt fraglich aber es ist interessant die frügische Kappe taucht im Frühmittelalter in Britannien bei Angelsachsen auf eine interessante Verbindung ist auch Theodor von Tarsus wurde 602 in Tarsus geboren was damals zum Oströmischen Reich gehört und ich hatte euch schon gesagt Tarsus das haben wir rausgearbeitet über die Verbindung zu den klinikischen Piraten und Persos ist so ein Zentrum wo dieser Mithras Kult herstammt und zu dieser Zeit ist die Region schon christlich und dieser Theodor von Tarsus der wird dann von der Kirche nach Großbritannien geschickt und wird Erzbischof von Canterbury ob der jetzt damit in Zusammenhang steht inwieweit da die Verbindungen sind das weiß ich nicht und das ist schwierig zu ermitteln aber ich wollte nur mal zeigen es gibt halt tatsächlich auch Personen Verbindungen zwischen England und auch dieser Region Kilikien und überhaupt was auch aus Kilikien wurde sehr interessant Kilikien war dann ja nach der Eroberung durch die Römer römisch und ist dann Teil des Byzantinischen Reiches geworden und das sind dann in Byzantinischer Zeit vermehrt Armenier dort eingewandert und das führte dann dazu dass diese Region mehr oder weniger armenisch sprachig war und durch die armenische Kultur geprägt war und hat sich dann wo es so ein Teilgebiet des oströmischen reiches war abgespalten und es kam dann zu einer Staatsgründung und dieser Staat das war das Königreich Klein Armenien also wirklich da wo Kilikien liegt da war dann nochmal so ein armenischer Staat Klein Armenien und der war getrennt auch von dem eigentlichen Armenien und im Hochmittelalter während der Kreuzzüge da war das auch ein christlicher Staat der mit diesen kleinen Kreuzfahrer Staaten zu tun hat also im Königreich Jerusalem und dann gab es noch diese Grafschaft Edessa und was es da alles für Gebilde gab und interessant ist sie hatten dadurch natürlich auch mit den Tempelrittern zu tun dieser Staat Klein Armenien und teilweise haben sie auch in französische Adelsfamilien hineingeheiratet also dieser klein armenische Adel hat auch französisch mit französischem Adel gemischt und auch da haben wir dann praktisch aus dieser Region Kilikien Verbindungen nach Europa und das reiße ich jetzt alles nur an weil das ist super umfangreich ich will es euch nur so zum Ende der Sendung auch noch mal mit auf den Weg geben eine weitere Spur ist Venedig hier sehen wir einen Dogen und interessanterweise die offizielle Kopfbedeckung der venezianischen Dogen ist die Phrygische Kappe und hier sehen wir sie im Prinzip die Mithras Kopfbedeckung das Attribut des Mithras Kultes tragen die venezianischen Dogen die diese Republik Venedig leiten und auch der geflügelte Löwe offiziell es ist der Markus Löwe aber ich behaupte es hat zu tun mit dem Löwenköpf in Gottes Mithras Kultes ist ein Symbol Venedigs und dann ist ja auch so interessant der Mithras Kult wurde im römischen Reich durch die kilikischen Piraten verbreitet durch diese Seemacht und ist dann aufs römische Militär übergegangen und jetzt finden wir so Spuren bei diesem Stadtstaat Venedig der auch eine Seemacht ist und der auch mit Seerecht in Zusammenhang steht und es gibt dann diese Geschichten auch und da auch viele Theorien wie weit dann die Macht diese Seemacht Venedigs irgendwann nach England wanderte und die Seemacht der Angelsachsen begründet hat und wir sehen auch bei den Angelsachsen frügische Kappen und eine gewisse Verbindung in diese Richtung und dann letzten Endes durch die Engländer und die Angelsachsen und die East India Company ja auch diese Verbindung zu den Vereinigten Staaten von Europa die auch heute noch die Seemacht darstellen es gibt dort also schon sehr sehr interessanten Forschungsstoff und ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Rückmeldung zu all diesen Bezügen und natürlich auch das hier darf nicht fehlen die Phrygische Kappe wurde dann während der Französischen Revolution das Symbol der Jakobiner ja ist auch bekannt als Jakobiner Mütze ist es aber eigentlich gar nicht es ist die Phrygische Kappe und sie ist ein Attribut da wir ja auch wissen dass die Freimaurerei oder vor allem auch die französische Loge Neufsers also die neuen Schwestern eine Rolle gespielt haben bei der französischen Revolution dass diese Symbolik sicherlich vermittelt durch die Freimaurerei auch in die französische Revolution kam und bei der Freimaurerei wissen wir halt auch oder haben wir ja auch schon herausgearbeitet dass es ganz viele Parallelen und Bezüge zum Mithras Kult gibt also auch das darf hier in keinster Weise unerwähnt bleiben hier sieht man sie auch noch mal als Symbol der Revolution die frügische Kappe ganz zentral und von Frankreich und der französischen Revolution aus hier sehen wir dann noch mal die Liberté die Freiheits Göttin wenn man so will der Franzosen ich glaube sie trägt ja auch eine frügische Kappe ja und von der französischen Revolution aus ist dieses Symbol dann natürlich auch in alle Welt gelangt und andere republikanische Revolutionsbewegungen haben sich auch dieser Symbolik bedient und auch diese Revolutionsbewegungen sind im Regelfall stehen sie in Verbindung mit der Freimaurerei und hier vor allem mit der französischen Freimaurerei mit dem Grand Orient de France aber dazu habe ich auch an anderer Stelle schon viel gesagt und kann es auch in Zukunft noch tun hier werden wir es nur anschneiden das ist jetzt eine Darstellung der Göttin Republik aus Brasilien auch dort gab es eine republikanische Revolution auch sie trägt die frügische Kappe und man darf jetzt auch nicht vergessen dass diese ganzen Göttinnen wie die hier die Republik oder die Liberté oder die Kolumbia die stehen natürlich auch alle in Verbindung mit Athena oder Minerva und die Verbindung der Minerva über Perseus dann auch zu diesen Kulten haben wir im Laufe der Sonne der Sendung auch schon aufgezeigt hier auch ein Symbol von Argentinien mit aufgehender Sonne der Sonnensymbolik auch aus dem Mithras Kult bekannt der Phrygischen Kappe und ja dieser Kette der Brüderlichkeit sehr interessant hier auch eine ältere Darstellung der argentinischen Flagge mit mehreren Phrygischen Kappen das ist ein Revolutionssymbol geworden aber natürlich auch hier ja es ist auch im Wappen des Senats der Vereinigten Staaten von Amerika die Phrygische Kappe Mithras sehr interessant auch diese Bildanordnung wie die Phrygische Kappe hier über dem Sternenbanner positioniert ist dieser amerikanischen Flagge die dann so praktisch auf dem Kopf steht also sehr interessant das Bild also auch das ließe sich sicherlich nochmal detailliert analysieren aber wir schneiden es heute nur nur mal an und am Ende habe ich noch ein wirkliches Leckerbissen für unsere deutschen Zuschauer und zwar dieses Bild und das ist ein Stadtwappen einer deutschen Stadt und es zeigt einen Mann mit einer Phrygischen Kappe die ihn ja gegebenenfalls als Mithras Kult Anhänger zeigt oder zumindest als jemanden der so einer östlichen nichtchristlichen Religion anhängt und bezeichnenderweise ist das das Wappen der Stadt Heidenheim und der Name sagt alles Heidenheim das Heim der Heiden und dort im Stadtwappen finden wir die Phrygische Kappe sehr interessant ja liebe Freunde wir sind jetzt wirklich am Ende angelangt von unserem Mithras Marathon ich bin unheimlich froh dass ich hinter mich gebracht habe diese drei Sendungen zu produzieren es war echt viel Stoff ich weiß dass es viele Sprünge war dass es verworren war das lässt sich bei diesen astral mythologischen Stoffen einfach nicht vermeiden ich hoffe meinen Ausführungen konnte man folgen ich hoffe ich konnte mein Ziel erreichen euch diese zu liefern die dann am Ende dieses Gesamtbild darstellen aber ich glaube es ist relativ klar geworden wie viele Bezüge hier zusammenlaufen und wie auch über die Seemacht der kilikischen Piraten und deren Verbindungen dann zum Römischen Reich und nach Venedig und so weiter das Ganze ja auch irgendwo in diese politische Sphäre hineinreicht und ich finde es so interessant gerade bei der französischen Revolution wenn man bedenkt dass die französische Revolution auch im ganz starken Ausmaß ein Kampf gegen den Katholizismus war und dass sie sich da so mietrischer Symbolik bedient fast so als würden es würden noch immer Mietras Kult und Christentum um die Vorherrschaft konkurrieren im römischen Imperium aber ich möchte auch viele Sachen jetzt eurer Spekulation überlassen ich freue mich auf eure Kommentare schreibt 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 meldet euch bei mir ich werde alles aufmerksam noch beantworten was lässt sich noch sagen das Thema ist natürlich nicht abschließend behandelt ich habe euch zwar unheimlich viele Daten und Informationen und Gedanken und Zusammenhänge präsentiert aber es sind alles nur Bruchstücke Mietras gibt noch viel viel mehr her es wird noch eine gesonderte kleine Sendung mit Buchtipps zum Thema geben da verspreche ich euch auch da habe ich diesmal wirklich super top tolle Bücher mit echter Kaufempfehlung die werde ich euch präsentieren ja wer meine Arbeit wer diesen Kanal Charles Fleischauer geheimnisvolle Geschichte finanziell unterstützen möchte mit einer Spende kann das gerne tun unten in der Videobeschreibung da findet ihr einen Link zu einem Paypal Pool und auch eine Bank Verbindung ich freue mich über jeden Euro alle Spenden werden gesammelt es ist auch schon einiges zusammengekommen werden gespart und dann zu gegebener Zeit in die Weiterentwicklung dieses Formats investiert ich möchte auch nochmal einen riesen Dank aussprechen an Ralf unseren Tontechniker der ehrenamtlich in stundenlanger Arbeit seine Freizeit opfert um diese Sendung zu bearbeiten um die Tonspuren zu verbessern ihr habt ja gemerkt am Anfang gab es viele Tonprobleme mittlerweile mit richtig professionellen Sound und das verdanken wir in dem Fall Ralf und nicht mir ich bin nicht so technisch versiert aber das ist nicht so schlimm das wollte ich nur mal gesagt haben auch ihm gebührt hier ganz viel Dank weil auch er dazu beiträgt dass diese Sendung überhaupt so in dieser Form möglich wird und natürlich wem auch Dank gebührt ist Mike Mike ist der Freund von mir der die Thumbnails also diese Titelbilder die ihr bei YouTube seht designt auch das kann ich nicht alleine ihr seht es steckt ein ganzes Team sozusagen ehrenamtlicher Helfer hinter so einer Sendung hinter dem Gesamtergebnis am Ende und ganz viel Dank gebührt auch schon im Vorwege euch weil ich mir schon jetzt sicher bin dass ihr euch die Finger wund tippen werdet mit Kommentaren und da bin ich echt gespannt drauf in dem Sinne liebe Freunde ich hoffe ihr hattet ganz viel Spaß mit diesen drei Sendungen über die Mitras Kult und ihr genießt den restlichen Tag und wir sehen uns auf diesem Kanal sicherlich bald weiter wieder Tschüss